21.03.2019. Wir sind jetzt hier am Strand angekommen. Die Rundreise ist zu Ende und hier werden wir jetzt vier Tage den wunderschönen Strand genießen. Puda Vida aus Myanmar. Freitag, 22. März 2019. Ja, wir sind hier am Strand mit Sekt ausgestattet und laufen zum Restaurant Sonnenuntergang. Ja, wir nennen es einfach Sunset Champagne Walking. Puda Vida hier aus Myanmar. So, gestern haben wir eine Strandwanderung gemacht und heute geht es wieder mit Sonnenuntergang. Sunset Cruise mit Sekt. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier in Myanmar und diese wunderbare Dame erklärt mir gerade, wie man einen Ingwer-Tee macht. So, drei Spuren Honey. First, ginger. First, ginger. First, ginger. Ginger? Ja. Und dann, das ganze Lime, wir haben die Sekt. Sekt? Ja. 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 Sehr gesund. Sehr gesund. All die Lime? Ja. Die ganze Lime. Also, alle? Ja. So. Perfect. Und dann, drei Pfingst mehr. Honey. Honig. Three. Wow. Das ist viel. One. Two. Three. Three. Und dann, heißes Wasser. Okay. Okay, and we don't cook the ginger. Okay. Just pour. And the email is not cooked. Heißes Wasser drüber. Mmmmmmmmm! Lecker, 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 lecker. And now, we are finished. And now we wait? No need to wait. Just stay awake. Okay. And then, I can just start with drinking. Just stay awake. Okay. And then, you can just add a little bit. Mmmmm, delicious. So, now you know how to make it. Thank you very much. Der Tag ist gerettet, wir sind gesund. Hallo, ja. 26. März 2019, letzter Tag hier in Myanmar. Morgen geht es weiter nach Hongkong. und dann nach Tokio, nach Japan. Dort werde ich meine nächste Gruppe empfangen. Ich freue mich schon riesig auf euch. Nach einer kurzen Pause freue ich mich, Ende des Jahres die nächsten Gäste in meiner neuen Heimat Costa Rica zu empfangen. Für Weihnachten und Silvester habe ich ein ganz, ganz tolles Programm zusammengestellt. Es sind noch genügend Plätze verfügbar. Einfach auf der Homepage gucken www.mybackpackerguide.de und ich freue mich, dich in Costa Rica zu empfangen. Pura Vida hier aus Myanmar.